Hey Leute, Flowerman hier vom Trail. Ich bin heute auf dem AT, an einer ganz bestimmten Stelle. Die Kenner werden das hier vielleicht erkennen. Das ist McAfee Nob. Ich habe es hoch geschafft. Mal gucken, ob es runter ein bisschen schneller geht. Vielleicht die Richtung. Naja, ich weiß nicht. Ich bin nicht ganz schwindelfrei. Fotos sind gemacht. Es kann weitergehen. Wir sehen uns.